Mein Name ist Sina. Katniss. Tut mir leid, dass dir das passieren musste. Ich tue, was ich kann, um dich zu unterstützen. Die meisten, die mir begegnen, gratulieren mir nur. Ich finde, dazu gibt es keinen Anlass. Also heute findet die Eröffnungsfeier statt. Wir führen dich aus und zeigen dich der Welt. Du sorgst also dafür, dass ich hübsch aussehe? Ich sorg dafür, dass du sie beeindruckst. Normalerweise sind die Kostüme typisch für den jeweiligen Distrikt. Wir sind immer Bergarbeiter. Ja, aber so will ich das nicht machen. Ich will etwas machen, woran man sich erinnert. Weißt du, dass du versuchen musst, Sponsoren zu gewinnen? Ja, aber ich bin nicht gut daran, Freunde zu gewinnen. Wird sich zeigen.